1B Fabio Strauss, Felix Kober, Marco Trinkler, Anton Stolz, Markus Urtaler, Gerhard Kulte, Micky Ikerashova, Sebastian Wundbauer, Fabian Reus, Stefan Zitt, Christoph Ziller, Andreas Nehme, Kevin Miller, Markus... Manuel Dupski, Christoph Schober, Ivan Radosch. Und hier durch den Co-Trainer war Paris Brotz, der Untertrainer war Markus Berhand. Und der Besserung, der Unterländer war nicht auch dabei. Bisher hatten sie immer ihren eigenen Pokal dabei, das ist ab heute nicht mehr nötig. Und Kapitän, in diesen 4 Jahren herausgeführt hat sie einer, da ist er. Arjoa Gapost, Arjoa Gapost, Arjoa Gapost! Feiermedcu, Juncker! bodiescu! Was heißt er? Was das als deine letzte Saison ist, was ich gehört habe, du hast es dir noch ein bisschen anders überlegt. Ja, moin, moin, gehst du rein. Ajoa, gehst du, Ajoa, gehst du rein! 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 Also, Micky Bergschubert heute zum Glück erhalten. Ich darf nun den Obmann Walter Wienischbau bitten, dir die verdiente Schale zu überreichen. Ajoa, gehst du, Ajoa, gehst du, Ajoa, gehst du, Ajoa! Ajoa, gehst du, 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 Ajoa, gehst du Bis zum nächsten Mal.